Ja, liebes Mikro, dann fangen wir einfach mal an. Der Tontechniker hat gesagt, das Mikro ist das Allerwichtigste, also spreche ich jetzt einfach mal in dieses Mikro rein. Aber Achim, hallo. Hallo Elke. Ist dein Mikro auch so lieb zu dir? Mein Mikro ist total lieb zu mir, glaube ich zumindest. Na gut, das ist total unauffällig. Na gut, also die Liebesbeziehung zu diesem Mikro werde ich heute mal versuchen zu pflegen, obwohl ich eigentlich mit dir reden möchte. Wenn ich dich so anschaue, dann fällt mir auf, dass du irgendwie nicht so richtig gesund aussiehst im Moment. Na, ich glaube tatsächlich, ich sehe recht scheiße aus. Ich habe mir irgendwie eine allergische Reaktion eingefangen zu einem Medikament, zu einem Penicillin. Ich habe das sogar mitgebracht. Und wie ihr auf dem Tisch hier seht, sind wir heute voll mit Werbemaßnahmen. Wir haben hier lauter Marken hingelegt. Ja, normalerweise drehen wir ja selbst die Flaschen um oder stellen es ins Glas. Aber ich sage direkt am Anfang des Videos, wir werden weder von Club Marte noch von der Gaffelsbrauerei noch von Spam und von einigen anderen Dingen finanziert. Das ist tatsächlich, wir wollen uns heute mal ein bisschen über Marken und vor allen Dingen Markenartikel in der Wikipedia unterhalten. Da gab es in letzter Zeit viel Diskussion und deshalb fangen wir tatsächlich mit Medikamenten an. Wie sieht das eigentlich aus mit Marken allgemein und vor allen Dingen in sehr spezifischen Bereichen? Und in dem Fall ist der Bereich Medizin bzw. Pharmazie ein Bereich, wo es dazu doch sehr kontroversen Diskussionen kam. Ich habe mal nachgeschaut, was die Redaktion Medizin da an Regeln aufgestellt hat. Und da finde ich unter den speziellen Regeln für Handelsnamen. Handelsnamen können als Weiterleitung auf den Arzneistoffartikel angelegt werden. Dort sollen diese Weiterleitungen alphabetisch sortiert, durch Kommata getrennt, unter einer Überschrift Handelsnamen am Ende des Artikels aufgeführt sein. Wenn das Arzneimittel im deutschsprachigen Raum nur unter dem Handelsnamen erhältlich ist, soll dieser in der Einleitung erwähnt werden. Das gesonderte Aufführung blablabla ist damit verzichtbar. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Ja, also sprich, wir schreiben nur Artikel. Was heißt das? Wir schreiben Artikel grundsätzlich über den Wirkstoff? Über Wirkstoffe. Über Wirkstoffe. Und die Wirkstoffe sind dann unter verschiedenen Handelsnamen verfügbar. Das heißt, wir schreiben nicht über die einzelnen Handelsnamen die Artikel, sondern über den Wirkstoff. Genau. Und in diesem Fall, um den es zuletzt ging, ging es um den Artikel zu Aspirin. Ich denke mal, das kennt so gut wie jeder allgemein. Aber Aspirin ist tatsächlich eine Handelsname. Wie? Aspirin soll kein Artikel kriegen? Aspirin als Marke. Also der Wirkstoff hier drin, das Acetylsalicylsäure, also das, was man so als ACC, ACCS oder Ähnliches kennt, das ist der Wirkstoff. Und in dem Wirkstoffartikel sind die ganzen Handelsnamen quasi aufgeführt. Unter anderem Aspirin, aber auch hier sowas wie dieses Ratiofarm, ASS plus C oder andere. Da gibt es also ganz, ganz viele Präparate, die diese Acetylsalicylsäure enthalten. Und die sind unten in einem Teil aufgeführt, in dem Artikel zu ASS. Der Punkt hierbei ist, und das fing mit einem anderen Medikament an, mit dem Iberogast, das ist eher so ein Magen-Darm-Teil. Erkenne ich ja, leider. Wurde ein Artikel angelegt, da gab es einen Löschantrag drauf, dann gab es lange Diskussionen und natürlich sehr stark die Verweise auf die Richtlinien der Medizin. Und das eskalierte dann, als der gleiche Autor dann auch noch mit Aspirin, Aspirin in Klammern Marke, einen neuen Artikel angelegt hat, weil das so ganz gegen die Grundsätze der Richtlinien in der Medizin gesprochen hat. Moment, gegen Medizin oder gegen die allgemeinen Relevanzkriterien? Gegen die Medizinrichtlinien. Moment, er hat die Marke angelegt, das spricht ja nicht gegen die Medizinrichtlinien. Doch, weil er nicht den Wirkstoff angelegt hat, sondern die Marke. Ja, aber er hat ja die Marke angelegt. Als eigenen Artikel. Richtig. Und das ist normalerweise nach Richtlinien in Medizin nicht vorgesehen. Richtig, genau. Und deshalb gab es diesen Streit dazu. Aber gleichzeitig stellte man fest, dass da ja auch wieder Interessenskonflikte entstehen zwischen dem Wirtschaftsbereich, Portal Wirtschaft, die sagen, eigentlich müsste eine etablierte Marke wie Aspirin, das es ja seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gibt, und dem Medizinbereich, das sind unterschiedliche Interessen. Und der Wirtschaftsbereich hat ein Interesse daran, bekannte Marken in der Wikipedia darzustellen. Unabhängig erstmal davon, was für ein Wirkstoff das ist. Wobei wir keine allgemeinen Relevanzkriterien für Marken haben. Wir haben keine. Und deshalb habe ich immer so ein paar Sachen hingestellt. Also Club Marte hat zum Beispiel in der Wikipedia einen Artikel. Das ist relativ Standard, dass bekannte Getränke, Marken ihren Artikel in der Wikipedia haben. Für Fassbrause gibt es einen, aber es gibt keinen für Gaffelsfassbrause zum Beispiel. Das ist dann wieder so ein Unterschied an der Stelle. Gut, da greifen ja irgendwie die allgemeinen Anhaltspunkte. Also wir haben jetzt nochmal die allgemeinen Relevanzkriterien. Ich verweise auf unseren Beitrag zu Relevanz. Da gibt es dann, können wir vielleicht irgendwie nachher verlinken. Das machen jedenfalls die Profis immer so. Anhaltende öffentliche Wahrnehmung kann ein Anhaltspunkt für Relevanz sein. Oder Themen mit aktuell breiter Öffentlichkeitswirkung sollen nach sinnvollem Ermessen auch zeitüberdauernd von Bedeutung sein. Also ist Club Marte zeitüberdauernd von Bedeutung? Ist Aspirin zeitüberdauernd von Bedeutung? Ich glaube, Aspirin ist zeitüberdauernder von Bedeutung als zum Beispiel Club Marte. Ja, aber beide sind halt omnipräsent. Also das bedeutet, sie sind im Prinzip vorhanden. Ja, omnipräsent in unserer Szene. Wie auch immer. Also man kriegt sie im Supermarkt, sie stehen im Regal. Aber ich habe tatsächlich so ein Experiment vor Jahren mal gemacht mit Ritter Sport. Natürlich gibt es einen Artikel zu Ritter Sport. Und da habe ich gesagt, okay, Ritter Sport ist eine Marke. Und ich habe einen Artikel angelegt zu Ritter Sport Vollnuss, glaube ich. Und zu Ritter Sport noch. Gerade Nougat? Egal. Und Nougat, glaube ich, auch. Also ich habe zwei, drei Artikel zu Ritter Sport Einzelprodukten angelegt. Das ist echt ein Provokateur. Mit dem Hinweis darauf, die gibt es ja auf tausendfach in den Supermärkten. Das war damals tatsächlich auch ernst gemeint, weil ich fand das recht spannend, wie unterschiedlich die produziert wurden mit den unterschiedlichen Formen und so. Und ja gut, ging bei einigen in den falschen Hals, haben mir einige sehr übel genommen. Im Nachhinein kann man das nachvollziehen. Aber warum eigentlich? Ich meine, wir haben auch zu iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 und iPhone 8 Artikel. Genau. Und zu Golf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir das? Also ich gucke jetzt nicht nach, aber haben wir bestimmt. Also wir haben gerade im technischen Bereich, haben wir zu sehr vielen Einzelprodukten innerhalb von Marken auch wieder Artikel. Also die Smartphones sind ein gutes Beispiel dafür, Computer sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, teilweise auch Drucker oder ähnliches und Autos. Es gibt zu jeder Sonderform irgendeines Modells gibt es einen eigenen Artikel. Das bedeutet also, wir sind da natürlich auch etwas... Männerlastig? Männerlastig? Das mag ich in diesem Kontext gar nicht einbringen. Ich hatte gerade auch im Kopf noch Beispiele, zum Beispiel sowas wie Raider, Raider Twix in dem Fall. Ich glaube, wir haben zu beidem einen Artikel, obwohl es dasselbe ist. Es gibt Artikel zu Milky Way, es gibt Artikel zu einzelnen Burger bei McDonald's oder bei Burger King. Ernsthaft ist das so? Big Mac. Er hat sich wieder vorbereitet. MacRib. Ich habe nicht nachgeguckt, aber das sind alles Erinnerungen. Wir können auch hinterher feststellen, das stimmt gar nicht. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich werde das beim Schneiden wieder berücksichtigen. Genau. Wahrscheinlich gibt es zu Einzelnen vielleicht dann doch keine, aber wir haben zumindest in einigen Bereichen gehen wir sehr ins Detail und in anderen Bereichen schließen wir Markendarstellungen eigentlich quasi komplett aus. Und wie gesagt, bei der Medizin hat das Gründe, die sich in dem Bereich der Arzneimittelwerbung bewegen. Das Ganze ist stark reguliert im Arzneimittelrecht, die ich auch nachvollziehen kann, die aber natürlich von der Wirtschaftlichkeit oder von den Wirtschaftsbedingungen ganz anders sind. Also wenn man so eine wirklich etablierte Marke hat, da ist die Argumentation natürlich schwierig, warum es genau dazu jetzt keinen Artikel geben kann. Es ist aber jetzt so Aspirin, Klammer Marke, wieder ein Artikel vorhanden, richtig? Der Artikel ist da. Der wurde phasenweise, er hatte einen Löschantrag, er wurde in der Löschdiskussion diskutiert. Es ist möglich, dass er sogar gelöscht wurde und über eine Löschprüfung wiederhergestellt wurde. Aber im Endeffekt hat ein Admin entschieden, dass dieser Artikel als Markenartikel relevant ist. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich über Aspirin irgendwas finde, zum Beispiel an Nebenwirkungen, an irgendwelchen Skandalen, an was auch immer, die sich auf den Wirkstoff beziehen, dann hat das natürlich erstmal den Markenartikel und den Wirkstoffartikel als Parallelartikel einzuarbeiten, ist dann immer ein bisschen schwierig. Weil die Nebenwirkungen von ASS betreffen natürlich alle Präparate, die mit ASS sind und nicht nur Aspirin. Und das war in dem Fall von Iberogast so. Da wurden bestimmte negative Effekte in den Artikel zu Iberogast gepackt, die sich aber auf einen Inhaltsstoff bezogen. Da ist das Schöllkraut drin, das ist eigentlich ein pflanzliches Mittel. Schöllkraut ist hochgiftig und hat entsprechend auch Nebenwirkungen. Und dementsprechend wurde das quasi alles dann in den Iberogastartikel reingepackt. So soll es natürlich nicht sein dann. Was die ganze Sache schwierig macht. Also das heißt, diese Diskussion wird mit Sicherheit weitergehen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber wahrscheinlich geht es eher in die Richtung, dass man für einzelne, ausgewählte, sehr etablierte Marken auch im Medizinbereich in Zukunft Artikel anlegen kann. Das ist so mein Gefühl dabei. Ansonsten, wie gesagt, die anderen Bereiche, da wird sich nicht viel daran ändern. Ich weiß nicht, Frauenmarken, du hast das gerade angesprochen. Boah, jetzt hast du mir aber eine tolle Vorlage gegeben. Was zum Frauenmarken? Ich habe mal eben geguckt, ich habe tatsächlich, wo wir gerade in den Gender-Klischees sind, ich habe tatsächlich mal einen Artikel zu einem Produkt, einem wirtschaftlichen Produkt geschrieben und das war eine Küchenmaschine. Ihr lacht jetzt nicht. Mein eigentlicher Bereich ist ja eher so im Kulturbereich und im kulturhistorischen Bereich. Und diese Küchenmaschine steht tatsächlich in der MoMA und im Museum für angewandte Kunst hier in Köln. Insofern ist die relevant, weil sie als Kunstgewerbeartikel relevant ist. Es ist aber eine, Braun, kein 3, ein Markenartikel, der über viele, viele Jahre mehr oder weniger kultig eben auch vertrieben wurde. Jetzt ist die große Frage, kann ich über alle anderen Küchenmaschinen auch einen Artikel schreiben? Eigentlich, wenn man nach dem iPhone geht oder so auch, aber das ist eine Frage, wie viele sind hergestellt worden, wie hoch, wie groß relevant sind die und so weiter und so weiter. Es stellt sich ja auch die Frage, ob man das wirklich will. Die Fedianer schreiben normalerweise über das, was sie schreiben wollen. Richtig. Und 80 Prozent Männer schreiben nicht über Küchenmaschinen, sondern über Rüstungsmöglichkeiten. Also der einzige andere Markenartikel aus meiner Tastatur, der mir gerade noch einfiel, war über die Doc Martens. Über die habe ich mal irgendwann noch einen Artikel geschrieben. Das ist gleichzeitig aber auch ein Unternehmen. Als Unternehmen ist es dann auf einer anderen Ebene wieder relevant. Also ich denke mal, Medizin ist ein Bereich, wo noch diskutiert wird. In anderen Bereichen wird das Thema Markendarstellung mehr oder weniger mitbraucht. Ist ja vielleicht auch nicht ganz. Also ich kann das auch als Nichtmedizinerin halt schon ein bisschen nachvollziehen, weil in dem medizinischen Bereich muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir schreiben zwar immer schön drüber und drunter unter die Artikel Hallo, bitte nicht auf Wikipedia verlassen, wenn ihr euch über Krankheiten, Gesundheit, Medizin informiert. Aber man hat dann natürlich schon eine gewisse Verantwortung, dass man halt, ich glaube nicht, dass es nicht schlimm ist, dass es im medizinischen Bereich ein paar strengere Regeln gibt. Wobei ich mich schon freue, dass es einen Artikel über die Marke gibt. Da sind wir nämlich genau an der Stelle. Auch wir sind uns nicht ganz sicher, wie das in Zukunft gehandelt wird. Und ich denke mal. Und wenn ihr dann eine Meinung zu habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Tschüss. Ciao.